Was? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Deckendorf? Wo ist denn das? Hier soll der neue Firmensitz sein. Mitten im Wald, das soll ich. Ich glaube, ich kriege einen Burnout. Kann doch keiner arbeiten. Das geht doch nicht. Grüß Gott. Ja, freilich können Sie die Bestellung die Woche noch haben. Das wird heute nur an den Hafen geliefert und morgen geht's los. Egal ob wissbegieriger Student, arbeitender Familienmensch oder erfolgreicher Unternehmer, es sind immer nur die Menschen, die einen Ort oder Landkreis ausmachen. Und genau die Menschen wollen wir mit der Kamera begleiten und so zeigen, warum es sich lohnt, in Deckendorf zu leben. Kennen Sie ein echtes Deckendorfer Original oder sein vielleicht selber eins? Dann melden Sie sich bei uns und schicken Sie Ihre Ideen an die unten eingeblendete Adresse. Vielleicht steht dann schon bald das Kamerateam vor Ihrer Haustür. Und dann geht's. 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 Vielen Dank.